Chinesische Prominente und Online-Fans sind aktuell im Visier der Cappé Chinas. Prominente verschwinden aus dem Internet, Konten in sozialen Netzwerken werden geschlossen. Insider vermuten, dass diese Maßnahmen politisch motiviert sind. Peking hat der Verehrung von Idolen den Kampf angesagt. Als Teil eines breiteren Vorgehens gegen chinesische Prominente. Am Freitag, dem 27. August, gab die chinesische Regulierungsbehörde eine Liste heraus. Auch bekannt als 10 Regeln. Eine Regel verbietet Online-Listen, die Prominente nach ihrer Popularität einstufen. Die Liste enthält neun weitere Maßnahmen zur Kontrolle der Fankultur von Prominenten, die behördlich als chaotisch gilt. Am Samstag, dem 28. August, kündigte die Antikorruptionsbehörde der Cappé Chinas an, gegen das sogenannte schockierende Verhalten chinesischer Promis vorzugehen. Bereits am Donnerstag davor wurde einer der bekanntesten Stars Chinas, Vicky Zhao Wei, aus dem Internet verbannt. Die prominente Schauspielerin Zheng Chuang wurde wegen eines Steuerskandals zu einer Geldstrafe von 46 Millionen US-Dollar verurteilt. Insider sagen, dass Pekings Vorgehen gegen Prominente politisch motiviert sei. Das Ziel dieser Aktion ist, die öffentliche Meinung strenger zu kontrollieren, insbesondere vor dem 20. Parteitag der Cappé Chinas. Der nächste Führungswechsel der Cappé Chinas ist im Herbst 2022 geplant. Für den Parteivorsitzenden Xi Jinping ist dies ein kritischer Zeitpunkt, denn es wird sich zeigen, ob er für eine dritte Amtszeit an der Macht bleiben kann. Gao Yu sagt, dass der erste Schritt, um das sicherzustellen sei, die Beeinflussung der öffentlichen Meinung ist. Und das geschieht durch die Regulierung der Popkultur. Die Unterhaltungsindustrie ist wie ein Windmesser, das einen großen Einfluss auf die Gesellschaft hat. In einer kürzlich gehaltenen Rede rief Chinas KP-Chef Xi Jinping zu dem auf, was er gemeinsamen Wohlstand nannte. Genauer gesagt, Aufteilung des Wohlstands. Hinter diesem Satz scheint sich ein neuer Angriff auf Chinas Wohlhabende zu verstecken. Und dieses Mal zielt er auf Chinas Prominente ab. Ein Insider der KP, Herr Chen, sagt, dass das Vorgehen durch die innere Finanzkrise Pekings befeuert wurde. Um seine Identität zu schützen, haben wir seine Stimme verändert und nur seine Nachnamen genannt. Die Prominenten haben sehr viele Fans. Sie haben riesige Werbeeinnahmen und so weiter. Von ihnen kann das Regime eine große Summe Geld bekommen, um die zentrale Finanzkrise zu lösen. Chinesische Prominente sind in den letzten Wochen zunehmend ins Visier geraten. Unter anderem wurde der Superstar, Sänger und Schauspieler Chris Wu nach Vergewaltigungsvorwürfen verhaftet und inhaftiert. Seitdem wurde seine Internetpräsenz weitgehend gelöscht. Wu ist kanadischer Staatsbürger. Er hat seine Karriere in China gemacht. Ein chinesischer TV-Moderator, Qian Feng, wurde ebenfalls der Vergewaltigung beschuldigt. Einem anderen Star, Zhang Zihan, wird vorgeworfen, China beleidigt zu haben, nachdem er für Fotos an der Kriegsgedenkstätte Yasukuni-Schrein in Japan posiert hatte. Seine Filme und Fernsehserien wurden ebenfalls aus dem Internet genommen. Die Aktion der Kommunistischen Partei Chinas signalisiert, dass die Behörden den Prominenten ihren Reichtum wegnehmen wollen. Zuerst schüren sie öffentlich Hass gegen sie. Dann wird ihnen von der Zentralregierung eine hohe Geldstrafe auferlegt. Pekings hartes Vorgehen gegen Prominente ist kein Einzelfall. Zuvor sind die Behörden bereits gegen andere Branchen im Bereich Bildung, Technologie und Wirtschaft vorgegangen. Bis Brot ich ess, des Lied ich sing. In Zeiten von Twitter und Facebook hat diese Redewendung aus der Zeit der Minnesänger neu an Bedeutung gewonnen. Bis Brot ich ess, des Lied ich sing, bedeutet in der Medienwelt, dass Zeitungen die Interessen derer vertreten, die sie bezahlen. In Deutschland sind dies meist Parteien, Werbekunden oder Stiftungen einflussreicher Geldgeber. Die Epoch Times ist frei von allen solchen Einflüssen und steht allein in der Verantwortung derer, die sie finanziert, nämlich Ihnen, unseren Lesern. Die Epoch Times bietet Ihnen einen investigativen Journalismus, der Tatsachen aufdeckt und sich nicht von einer Agenda oder politischen Korrektheit einschränken lässt. Wenn auch Ihnen wirklich unabhängige und unzensierte Informationen wichtig sind, dann finden Sie diese in der neuen Wochenzeitung der Epoch Times. Zum Preis von nur einer Tasse Kaffee erhalten Sie nachhaltige Geistesnahrung für eine ganze Woche. Bestellen Sie die Epoch Times jetzt gratis drei Wochen lang zum Kennenlernen und lesen Sie den Unterschied. Bestellen Sie die Epoch Times